Wer ist das denn jetzt schon wieder? Wir kommen aus dem Morgenland. Wir grüßen dieses Haus und wünschen euch allen... Ja, 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 toll, toll, toll. Was wollt ihr? Wir sind die Heiligen Drei Könige und kommen aus dem Morgenland. Ja, 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 aber was ihr wollt, will ich wissen. Wir wollen dieses Haus segnen. Was? Dieses Haus? Das Haus? Mein Haus, ja? Das Haus, aus dem eine Hypothek von 500.000 Euro liegt. Das Haus, das mehr Nebenkosten fabriziert, als ich im Monat verdiene. Das Haus, das ich nicht verkaufen darf, weil meine Frau es geerbt hat. Mit all den Schulden. Das Haus wollt ihr sichnen? Ja, und wenn Sie dafür vielleicht noch eine kleine Spende hätten? Äh, Moment mal, damit ich das richtig verstehe, ja? Ihr wollt dieses Haus sichnen, was der Grund für meinen finanziellen Ruin ist und als Belohnung, wollt ihr auch mal Geld dafür haben? Ja. Nee. Äh, Moment. Geben die anderen ein Watt, wenn ihr das Haus segnet? Ja. Ja. Aha, und wie viel ist dazu im Schnitt? Fünf Euro ungefähr. Aha. Ich komme aus für morgen, Mann! Danke.